Ich weiß nicht, ob Sie diese Dinger ebenso hassen wie ich. Packungsbeilagen von Medikamenten. Nicht nur, dass man sie eh nicht wieder so zusammengefaltet bekommt, wie sie mal waren, auch der Inhalt ist für mich eine unverständliche Aneinanderreihung irgendwelcher Wirkstoffe. Und wehe dem, der sich auch noch bis zu dem Kapitel der Nebenwirkungen vorwärtsgekämpft hat. Was nicht alles auftreten könnte? Am besten gar nicht hinschauen und die Tabletten einwerfen. Wird schon gut gehen. Nun ja, wäre da nicht das wäre, hätte, könnte Prinzip. Immer wieder kommen diese Gedanken ja hoch. Was wäre, wenn? Was könnte passieren? Hätte ich doch? Ich möchte mich in alle Richtungen absichern, das Risiko möglichst gering halten. Doch geht das überhaupt? Vielmehr hilft mir eigentlich eines. Ich kann mich nicht gegen jedes Risiko und jede Nebenwirkung absichern. Aber ich kann mich einem guten Arzt anvertrauen. Jesus ist ein Arzt der besonderen Art, so hat er einmal gesagt. Erstaunlich eigentlich, denn er hat nie Medizin studiert und behauptet dennoch, dass alleine er weiß, was gut und gesund für uns ist. Dabei bewahrt er mich nicht vor jeder Krankheit oder Gefahr. Aber er will nicht, dass wir in ständiger Angst leben, was alles passieren könnte. Angst ist immer ein schlechter Ratgeber. Vielmehr sagt Jesus uns zu, dass wir uns nicht sorgen sollen, weil Gott für uns sorgt. Für den Glauben gibt es keine Packungsbeilage mit Gebrauchsanleitungen und Nebenwirkungen. Es gibt nur die Möglichkeit, direkt mit dem Arzt in Verbindung zu treten. Er hat jederzeit Sprechstunde und ist nur ein Gebet entfernt. Na dann, gute Besserung gegen die wäre, hätte, könnte Krankheit.